Ich bin durch meinen Vater Genosse bei Ökogeno geworden. Mir war vor allem wichtig, dass mein Geld sinnvoll angelegt wird in Nachhaltigkeitsprojekte. Und für mich als Zimmermann besonders wichtig waren Holzbauprojekte. Dabei habe ich auch mit meiner Firma und Ökogeno zusammen bei einem Projekt in Ziegen durfte ich auch mithelfen beim Umsetzen. Es sind drei Häuser entstanden mit Mehrgenerationseinheiten und war da hautnah dabei und ich fand das sehr interessant. Es ist sinnvoll, es anzulegen, man hat gute Zinsen und sinnvolle Projekte, die umgesetzt werden. Uns ist einfach sehr wichtig, dass das Geld zukunftsorientiert und nachhaltig angelegt wird.